Ich stehe hier gerade vor dem Märkischen Hof in Luckenwalde. Es liegt am Flaming Skate und ist auch ein Skater Hotel. Ich darf hier heute eine Nacht übernachten und ich habe die Zimmer Nummer 318. Es ist da oben und dieses Zimmer möchte ich euch gerne zeigen. Kommt doch mit! Wir sind jetzt hier im dritten Stock angekommen, das sind wir noch 1318. Ganz an den Nähvenaufzug kommt doch mit ein. Hier ist das allererstes gleich in meinem Eingangsbereich. Ein Stuhl mit Tisch und hier sind auch zwei Wasserflaschen bereitgestellt mit Gläsern. Hier ist auch die Garderobe, wo man Jacken aufhängen kann, ein schöner Spiegel. Und hier unten habe ich meine Schuhe eingeräumt. Hier ist mein Kleiderschrank. Ich habe auch schon eingeräumt. Wenn ihr das seht. Und gleich hier geht es ins Bad zum. Hier, obwohl der Eingang relativ eng ist, doch ein recht geräumiges Bad. Hier mit Dusche. Und hier seht ihr dann den Schminkspiegel. Unverstellbar und ausklappbar. Hier so sämtlicher Schnickschnack aufgestellt. Obwohl hier so ein Zahnplatzbecher ist. Das hier nochmal einer. Kosmetiktücher. Und dieser mega coole Film. Mit ausfahbarem Kabel. Und es fährt sich sogar von herein wieder ein. Schönes Spielzeug. Hier neben meiner Garderobe ist ein kleiner, ich habe ihn als Laptop Büroecke benutzt. Mit Lämpchen und großem Fernseher. Der auch direkt aufs Bett gerichtet ist, wie ihr gleich noch seht. Hier ist noch ein kleiner Schrank hier drin. Und sogar ein Ventilator. Ein bisschen nostalgisch. Sehr witzig. Zu Corona momentan alles verpackt. Hier ist separat noch eine Klimaanlage aufgestellt. Da wir direkt unter dem Dach sind. Und es vermutlich im Sommer sehr heiß werden kann. Hier ist mein Bett. Oder besser gesagt meine zwei Betten. Ich habe freie Auswahl. Die Matratzen sind sehr bequem. Ich finde, dass das Zimmer sehr neu und sehr schön eingerichtet ist. Ich finde auch hier bei diesem riesigen Dachfenster das Muster sehr cool. Ich finde, dass es nicht mehr nach intern AG-2015 ist. Ich Ikea sucedster das Muster Liberusricht mitvorum. Ich nehme wieder die vegetative aus하